Jo, was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Das war's Part 2. So weiter geht's. Ah, passt schon, passt schon, passt schon. Ein Wurf ist auch hier. I didn't track! Ich weiß nicht mehr, wie er mich gesehen hat. Ja. Brian ist tot, bitch. Wo ist der Wurf? Alles genau absuchen. Sie versteckt sich irgendwo. Ach, geht schon. Ich weiß nicht, passt schon. Ich weiß nicht, passt schon. Ich weiß nicht, passt schon. Nichts, passt schon. Oh, ich muss auch nicht mehr. Ich bin es nicht mehr. Ich bin es nicht mehr. Okay. Ja, ganz okay, nur wieder auch nicht. Ja, guck mal da runter, Mensch. Go down, yeah, there we go. That's it, baby. Come on, you want to do it. Come on. Du willst nicht, dass ich Munition verschwende. Du willst es nicht, ich will es nicht, Gott will es nicht. Ja, scheißegal, wenn der mich zieht, zieht sie mich. Fuck das. Done. Ich bin noch nicht fertig. Ich gebe jetzt mit einer Flasche. Munition. Medi-Cats. Alkohol. Ja, mit ihr ist das relativ simpel eigentlich. Weil sie ist... Way too OP. Ich gehe mal kurz in den Lucky Tiger rein. Gucken, was wir hier noch so kriegen können. Ja, Medi-Cats ist voll bei mir. Ja, gut, ich kann es eigentlich auch benutzen. Ja, es ist voll bei mir. Aber wir sind relativ gut ausgerissen, muss man zugeben. Hier ist nix. Ein Trainingsanspruch gar nix. Eine Flasche ist da. Das ist auch voll. Okay, wo bin ich denn jetzt gerade? Ah, okay. Bin aber nicht. Alles klar. Hier ist noch irgendwo irgendjemand. Ich weiß noch nicht wo. Irgendwo ist hier noch jemand. Ich weiß nur nicht wo er ist. Ja gut, wir haben jetzt so krass ausgerissen eigentlich. Scheißegal wo der ist. Ab und zu könnte ich meine Katze echt umbringen. Okay, du bist wieder zu weit. Du warst wieder viel zu breit hier. Ist nur das Licht, das ist nicht er. Ja gut, aber auch schon. Ich bin revive. Ja gut, ich bin frei. Kann ich rein... Ja und lass sie doch kommen mein Gott, was sollt schon passieren? So eh nur einer ne? Ach. Keine Aufhörung. Die Tür ist voll bei mir. Da draußen ist jemand. Aha, also gut erkannt. Das sind ja breaking news. Ach. Ja schrei doch nicht. Schrei ich oder schrei ich nicht? Hast du zu beurteilen ob ich schrei oder nicht? Das ist die wahre Stärke. Die wahre Stärke wird ja gleich in den Arsch spüren. Du hast irgendwas gehabt was ich will? Ah der ist. Easy. Okay jetzt müssen wir kurz wieder checken wie es weiter geht. Wie geht das hier weiter? Okay. Ich muss einen Weg durch dieses Gebäude geben. Ich kann nur durch das Gebäude gehen wo die waren. So war ich die komplett auseinander genommen. Was ist das hier? da auch nicht dass sie dich nicht erwischt haben es wird ich gar nichts besagen falls er tot ist Ich muss wissen... Hm? Was ist das hier? War klar, direkt in ein SCAR-Lager gerannt. So, checken wir mal die Lage. 78 haben wir. Stabilität, Nachladegeschwindigkeit, Schaden. Die Rest sparen wir ein bisschen auf. Ich bin sowieso zu OP, von daher... Das ist kein Problem. Hier ist gar nichts mehr. Ich bin sowieso. Verdammt. Weiter runter. Sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang einen Trupp in den Wald. Sie findet sie. Gut. Möge die Propheten Gerechtigkeit walten lassen. Mögen sie als Beispiel für andere dienen. Na, wir können es machen, warum nicht? Nichts! Nichts! Verdammt. Ach, das war nicht so schlimm, Mensch. Das machst du doch zum Frühstück normalerweise. Das ist schrecklich. Aber ich sollte auch nicht malen. Hast du jetzt einfach einen guten Blick geworfen, oder was? Ich zeig dir, wie das geht. Pass mal auf. Und... Wart mal. ... 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 Wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen. Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Was hast du gemacht? Moment. Ist Alice auch hier? Draußen mit Mel. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Äh, größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Ein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Wie ich schon sage. Naja. Oh, das sieht. Ein paar Pflanzen entfernt. Gestrichen. Kompliziert aus. Nicht anfassen. Ist das ein Wissenschaftsexperiment? So ähnlich. Ich stelle selber Schnaps her. Sei nett, dann kriegst du welchen. Ich glücksfels. Ich verstehe ab und zu den Sinn dieser Flashback, sag ich nicht. Muss ich zurückgeben. Ab und zu... Es ist... Tropisch. Wo hast du das her? Weißt du noch der Partyladen am Highway? Es war ganz schön schwierig, das Ding bis hierher zu kriegen. Ab und zu fragen mich echt, was diese Flashbacks jetzt bringen. Abby, komm wieder runter. Wieso? Versteckst du was? Ja, ich glaube, du hast das hier unten noch nicht genug gewürdigt. Komm schon. Okay. Was ist das? Oh ja, Mel und ich haben hier einen kleinen Wettkampf. Oh, äh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Sei ganz locker. Boah, ich habe mir diesen Ding echt so schlecht erinnert. Zwei geschafft. Aber noch nicht alle. Oh, gut gemacht. Wo sind die nächsten? Ich habe keine Ahnung, wo die nächsten sind. Oh, Jesus. Heilige Scheiße. Fünf. Fast geschafft, Erbs. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte ist. Robben hier oben, oder was? 30 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, was ich weiß noch. Ich weiß nicht, wo er den Knopf bewahrt hat. Keine Ahnung. Nur noch 10 Sekunden. Ah, ich hab keine Ahnung, wo er die hat. Fünf, vier, drei, zwei, ein. Keine Ahnung. Hast du Angst, dass Mel rausfindet, dass ich hier war? Was? Nein, das ist dir egal. Dann schreib meine Punkte an. Scheiße, ganz ruhig. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Äh, kann ich jetzt nach oben? Ja. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Warum bin ich wieder hier? Ach, guter Gott, das Spiel, Alter. Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Und jetzt? Probier das. Und? Na, schöner Aussicht. Oh, na klar. War nausend. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist, äh, verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also... Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Both. Beides. Warum hast du so gute Laune? Hab ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich hab Joles Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben... Diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay. Aber selbst wenn er wirklich da ist, und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist. Stimmt's? Sagst du's den anderen? Wir sind alle an Bord. Mail eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Wir machen das gemeinsam. Klar? Klar. Wir machen das noch. Wir machen das gemeinsam. Wallisch. Das war es Cord 2020- primo. Ich kommisse. Er weiß, ichengauche, Scheiße grants. Darbunde. Ja, es hagelt im Strömer, die Facke brennt. Ja, sicher. Vollkommen logisch. Nein! Oh, dear Lord. Yara! Wo ist die andere Abtrünniger? Sturze die Flügel. Oh, das... Ja. 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 Yara! Yara! Die Dämonen kommen. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Die Dämonen kommen. Da. Die Dämonen kommen. Seid auf der Hut. Die Dämonen kommen. Sie sind in der halte Dämonen. Sie sagen, Sie sind in der Falle. Sie werden in der Falle gespürt. Sie sind in der Falle. 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 Ah! Ah! Puh. Na los, wir! Wir müssen weg! Wo wollt ihr hin? Rauch mit dem Wald! Los, beeil ruhig! Los! Die Piste ist da! Ah! Ja! Nein! Lass, sie sind überall! Lass, sie sind überall! Lass, sie gehen! Lass, sie gehen! Lass, sie gehen, oder? Lass, sie gehen, oder? Lass, sie gehen! Lass, sie gehen, oder? Alles okay? Ja. Hallo. Hallo! Wir sind frisch. Geht's noch einen anderen Weg? Glaubst du wirklich, wir würden dann diesen nehmen? Sein mal nicht so frech, ja? Komm schon, Lerf. Mach auf! Komm schon! Los! Spare Hand! Komm rein! Ich helfe dir! Was soll ich denn machen? Äh... 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 Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich kann sie nicht attaquieren! Warte mal, hab ich hier irgendwas? Okay, äh... Du... Ist das da etwa mein Rucksack? Du kannst mir auch helfen, du kleiner! WTF? Warte mal! Warte mal! Ich drück doch L1! Äh... Äh, das ist so scheiße! Das Ausweichen ist der größte Scheiß, Alter. Das ist der größte Scheiß, Alter. Hier ist kein Stein, hier ist nichts, was ich werfen könnte. Ey, dieses Spiel macht mich fertig, Alter. Hier ist kein Stein, keine Flasche, natürlich nicht. Warum sollte er auch? Das ist doch scheiße. Lauf, 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 lauf. Ja, sicher nicht. Schön, ich kann das nicht erreichen, kein Problem. Lauf, 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 lauf. Ey, die hat doch gerade eben keine Luft mehr gehabt. Was ist das? Was ist das? Nein! Nein! Warte! Okay. Alles in Ordnung? Ja. Na los! Was macht der Arm? Ich hab es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich fass das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. So, blöde Redewendung. Eine was? Was kann ich hier machen? Stabilität. Einmal sie bei Jahren. So geht gar nicht. Machen wir Stabilität. So, ich zeige mir mal hier ein Fallbreak, liebe Leute, bis dahin. Haut rein. Und Tschüss.